Jetzt kommt die Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Okay. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad, Motorrad. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Meine Oma ist eine ganz patente Frau. Ohne Zahn. Meine Oma hat im Hohlenzahn ein Radio, ein Radio, ein Radio. Meine Oma hat im Hohlenzahn ein Radio. Meine Oma ist eine ganz patente Frau. Nachtopf. Meine Oma hat den Nachtopf mit Beleuchtung, mit Beleuchtung, mit Beleuchtung. Meine Oma hat einen Nachtopf mit Beleuchtung. Meine Oma ist eine ganz patente Frau. Klatze. Meine Oma hat eine Klatze mit Geländer, mit Geländer, mit Geländer. Meine Oma hat eine Klatze mit Geländer. Meine Oma ist eine ganz patente Frau. Strumpfband. Meine Oma hat im Strumpfband einen Revolver, einen Revolver, einen Revolver. Meine Oma hat im Strumpfband einen Revolver. Meine Oma ist eine ganz patente Frau. Meine Oma hat einen Krückstock mit Rücklicht, mit Rücklicht, mit Rücklicht. Meine Oma hat einen Krückstock mit Rücklicht. Meine Oma ist eine ganz patente Frau. Meine Oma hat eine Brille mit Gardine, mit Gardine, mit Gardine, mit Gardine. Meine Oma hat eine Brille mit Gardine, meine Oma ist eine ganz patente Frau. Waschbecken. Meine Oma hat einen Waschbecken mit Sprungbrett, mit Sprungbrett, mit Sprungbrett. Meine Oma hat einen Waschbecken mit Sprungbrett. Meine Oma ist eine ganz patente Frau. Ja, wow, wow. Nein, 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 nein Vielen Dank.